Wie genau hat sich Rom von diesem Zustand zu diesem entwickelt? Wir haben nun bereits Rom im Detail während verschiedener Epochen des spätrömischen Reiches analysiert, ab 320 nach Christus, auf ihrem Höhepunkt um etwa 600 nach Christus, im frühen Mittelalter, in mehreren Videos. Aber in diesem Video möchte ich versuchen zu rekonstruieren, wie und warum Rom sich von einer großartigen Stadt Jahre später verwandelte. Vielen Dank.